Minecraft-Film wieder. Okay, hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Minecraft-Zuro, zur dritten bei mir. Und heute wieder werde ich mit Yomaru streamen und erstmal ein Scheligen machen. Okay, was machen wir? Oh, diesmal sind keine... Okay, was machen wir? Wir sind auf... Oh, auf 33. Hä, wenn wir Höhe 60 müssen, Yomaru? Lass wir mal ein Boot machen. Sarah, hast du zugehört, dass wir Blumen holen wollen? Ja. Okay. Aber ich habe trotzdem Angst vor den anderen. Wir brauchen diese Blumen. Wir brauchen die einfach. Ich wollte einfach einen Bogen machen. Ja, einen Bogen geht halt jetzt schwer, oder? Weil du hast ja keinen... Oder siehst du irgendeine Möglichkeit, wie du dir einen Bogen machen kannst? Ja, ich kann mal... Hier sollten wir weggehen. Das ist ein Spieler. Zander. Wollen wir ihn töten? Wollen wir Zander töten? Ich flärts noch zu. Bein, halt. Wenn du vorgehst... Ich weiß nicht. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Wollen wir machen? Welch, schade. Oh, es tut mir so leid. Hä? Oh. BG. Oh, Mann. Ah, was? Da hat er dir. Da hat er dir. Oh, er hatte sogar eine Regenerationssuppe. Es tut mir so leid. Aber hast du... Kannst du dir was geben? Wären wir hast du so nett, weil ich habe zweieinhalb. Ja, das fühlt mich voll schlecht. Ja, gerne auf Ehre einen Like aus dem Schiff. Hä? Warum nicht doch so allein? Weg, 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 weg. Ach, du kack. Ah! Komm mit, komm mit, komm mit. Komm mit, komm mit. Komm, komm, komm. Hä? Wer ist denn mit Zander am Team? Alles, nie raus. Die sind zehn Mann, die sind zwölf. Hä? Doch, 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 doch. Aber mit Firegum bin ich ja verbündet, lol. Egal, wir gehen da weg, wir gehen da weg. Hä? Komm mit, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Sarah, vertrau mir, glaub mir. Du kannst da... Da musst du Max später per WhatsApp fragen. Da kannst du jetzt nicht... Wir können das jetzt nicht klären, so sind wir tot. Wir haben gerade einen von den Leuten getötet, weil... Die sind alle zusammengewiesen. Ich wusste nicht mal, dass die zueinander gehen können. Ich muss Zander rechnen, guck mal im Chat. Wer hat das geschrieben? Das ist seine Freundin. Nessi ist seine Freundin. Wir müssen weg, wir müssen weg, glaub mir. Bleib nicht stehen, Sarah. Ja, lass doch mit dem Boot weggehen. Okay, ich bin nur nervös, deswegen. Wie gesagt, ich will nicht random gegen 10 Leute sterben. Alles klar. Wer ist das? Das ist der Zugo. Wollen wir? Echt? Nein, Mann. Ich will nicht noch jemanden töten. Ich bin nicht voll. Hast du Bock? Nein. Okay, dann gehen wir weiter. Warum Zander getötet? Junge, er lief darum, zu werden ein Freakillen. Wir wollten mal was machen. Es tut mir so leid. Aber mir tut es auch leid, aber... Keine Ahnung, wenn er lief dann so... Aber du weißt, dass wir gerade zu Basti gehen, ne? Das ist genau die Route von die Bastis. Die wohnen bei Pizze mit. Wir gehen da genau hin. Ach, bist du da hin? Ich bin da erst mal ans Land. Oh, da sind Fix und Snogs. Echt? Wo? Ich habe aber Angst. Und... Ach, Jessie! Ich weiß gerade nicht, was wir am besten machen können. Sarah, gib uns den Dia, sonst weg mit dir. Ha! Ah, okay. Dann warst du halt mit einem einzelnen Dia. Juck mich eh nicht. Max würde sonst alleine zu dir und den Dia holen wollen. Nein, Sarah, bitte nicht. Warte. Nein, Max sollte erst kommen. Ja, aber er wird doch trotzdem den mitnehmen und wieder gehen. Ja, ich will mit Max reden. Ähm. Egal, egal. Bring uns den Dia, du bist eh irgendwie viel. Ansonsten wollen die dich echt alle umbringen. Also, ich... Nein, ich habe Angst, dass ihr mich jetzt backsteppen wollt. Yumaru will gar nicht, dass ich euch den Dia gebe. Ich will euch den geben. Ich mach dich ein, Greistiger. Du kannst die Leute im Chat fragen. Schwörst du? Auf unsere Freundschaft? Ja. Ja, warum grinst du jetzt so hässlich? Nein, du kannst sogar in meinem Stream schauen. Ich habe dich die ganze Zeit verteidigt. Du kannst zurückspulen. Leute, schreib mir was in den Chat. Robbe, Robbe, bitte. Du bist meine... Robbe, tauscht das hier schon alles ein bisschen aus. Du kannst leicht in meinen Stream schauen. Ich habe dich die ganze Zeit verteidigt. Das heißt, ich will nicht. Wo wollen wir uns denn treffen? Ja, guck, jetzt hat wir wenigstens genug Dias. Um zu verzaubern. Hast du Yumaru noch getötet? Nein. Ja, doch. Ihr braucht doch noch einen Dia, oder nicht? Ich glaube, wir brauchen noch zwei. Irgendwer meinte, wir brauchen noch einen. Ja, ich kann nicht essen. Aber wenn du bei uns bist, ist das schon mal gut. Weil du auch Minecraft kannst. Aber, warte. Ich wusste nicht mal, es kann dazu euch gehören. Ich dachte nicht, Nilo ist der einzige große YouTuber bei euch. Nein, der macht SEO. Ja, den kann ich halt gar nicht. Der gehört zu Sparkle zu uns. Warte, ist Kev bei dir jetzt im Team, oder? Nein, der ist nicht bei uns. Bei mir sind Miros, Annika, Horst, Nilo, Soho, Paul und SEO. Also habe ich gar kein Teammate von euch getötet. Nein, nur von dem, mit dem wir verfrieden machen wollen. Ich habe echt Angst, wegen dir zu sterben. Das ist so ein Psychospiel, Alter. Okay, ich vertraue auf Robbe, dass du mich nicht backsteppen wirst. Ja, ich weiß nicht, ob Robbe so vertraut sind. Hey, lass dir Yumaru auch, oder? Nein, ich will ein Free Dia. Er sagt, willst du ihn angreifen oder nicht, sonst nehme ich ihn mit, wenn er mit will. Ja, ich will ein Dia von ihm. Hä? Wie er den Dia aufreibt, oder wie wir den Dia aufreiben, das ist ja eine andere Frage. Also lasse ich ihn lieber. Ja, dann lasse ich ihn lieber. Alles klar. Ah, nein, ich sehe nie raus, und die sind doch alle deine Leute. Amat? Ja, ich sehe dich. Ja, Saka ist da, Saka ist da. Ey, wer schlägt, wer von mir gefällt, ist der Fick. Ich habe echt Angst. Oh. Danke für ihn wieder. Spaß. Alter, du Bastard. Du hast mir so Angst gemacht. Ey, gib mal mein Holz wieder, bitte. Darf ich jetzt echt vorbeikommen? Saka darf vorbeikommen. Hä, warum, Brüder? Zander, Herr, warum steht da, Zander was slain by Dombra? Ja, das ganze Team von Stark ist doch egal. Dann werden die auch so allein klingen. Alles klar. War eigentlich nur diese hässliche Blume, damit ich ein bisschen heal habe, weil das war eigentlich so das Ziel der Folge. Und das Einzige, was mir die letzte Folge gebracht hat, war einfach, dass ich jetzt enchanted bin. Ne? Seriax. Ah. Was? Jumarus tot? Was? Hä? Hä, wie ist das denn jetzt passiert? Oha, der Arme. Oh man, das tut mir voll leid für ihn. Als ob Gorma auch tot ist. Alter, wann sterben die jetzt alle? Auxi. Okay, er will fighten, glaube ich. Egal, dann schwimmen wir erstmal eine Runde. Ne, ich will nicht gegen Auxi kämpfen, weil ich will halt erstmal irgendwie Loot oder sowas haben. Also zum Healen irgendwas. Und deswegen finde ich das gerade sinnlos, würde ich jetzt kämpfen. Vor allem, ich halte nicht meinen verzauberten Bogen oder ähnliches. Deswegen halte ich mich lieber zurück. Ne, 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 ne. Das ist mir zu riskant. Ich habe nur zwei Pfeile, er hatte ja einen Bogen, der wahrscheinlich verzaubert hatte. Und, ähm, viele Pfeile. Alter, das geht mir gerade erschrocken. Gorma ist ertrunken. Ach, lol. Such dir eine Position zum Ausloggen. Weil, wie spät haben wir das? Oh. Ups. Ja, gut. Egal, Leute. Auf jeden Fall. War es das mit dem Stream? Wenn euch das Stream gefallen hat, dann lasst noch eine positive Bewertung da. Und ich verhungere gerade. Und, ja, ciao. Outro Outro